Heute ist der 14. September. Boah. 2019. Jetzt habe ich ausgeklinkt, abgenabelt, Horizonterweiterung hier überspessert. Ich hoffe, dass noch was hoch geht. Es geht nichts Richtiges hoch. Schöne Sicht heute. Aber ich habe keinen Piepse. Das ist ein Jamme. Das ist ein Jamme. Es geht nichts hoch. Ich kann es vergessen. Schön Richtung Taunus, Frankfurter Skyline. Hafen von Aschaffenburg. Jetzt zupft. Es geht nicht hoch. Es geht nicht hoch. Es geht einfach nicht hoch. Jetzt ist halb fünf. Es geht aber leider nichts hoch mehr. Der Odenwald da hinten. Groß Umstadt. Das Weinfest. Obernau. Herrliche Sicht in der Spessart Rhein. Altweibersommer. Gleich kommt jetzt noch mal was. Eher nichts. Geht nichts mehr hoch. Schöner rundum. Unten ist mein Schatten. Aber hoch geht nichts mehr. Jetzt fliege ich zurück. Aber zwei Jets. 12.000 Meter. Ehrlich schon zu still. Jetzt fliege ich zurück. Aber zwei Jets. 12.000 Meter. Ehrlich schon zu still. Parallel. Ich muss zum Landen gehen. Es geht nur runter. Uiuiuiuiuiui. Da stehen die Kameraden im Schatten. Und da geht es dahin. Wir geben die Luft aus. Mir auch.